Ja, schönen guten Morgen. Wir sind heute ganz früh aufgestanden und haben uns ins Georgenfelder Hochmoor verschlagen. Wir nehmen euch mal wieder mit auf eine Foto-Tour. Wir hoffen, dass wir ein paar schöne Aufnahmen machen können und freuen uns darauf, euch die zu präsentieren. Ja, genau, lasst uns starten. Es ist heute übelst neblig, es ist kalt, wir sind eingemummelt. Aber ich bin gespannt, was uns erwartet. Bis gleich, wir sehen uns. Viel Spaß! Bis gleich, wir sehen uns. So, wir sind jetzt hier auf der Kuppe vom Karlberg angekommen. Ich mache noch ein paar Fotos. Er fasste. Gib mir meinen Moment. Also, wir sind jetzt fast auf der Kuppe vom Karlberg angekommen, haben hier einen schönen Zwischenstand, Zwischenstopp von unserer Tour, bald Halbzeit. Und ja, mehr Bilder folgen. Wir sind jetzt hier auf dem Karlberg angekommen, hatten irre viel Spaß. Im Hintergrund seht ihr gerade den alten Berg und den Galgen Teich zu meiner Rechten. Mir hat es super gut gefallen. Wie war es bei dir? Ja, also es war wirklich ein fantastischer Tag. Wir hatten tolle Erlebnisse und ich freue mich auf die Bilder, die ihr im Anschluss anschauen könnt. Er mag, der kann aber gerne mal bei www.mapix-fotografie reinschauen. Da gibt es noch mehr Bilder von dieser Tour und von vielen Touren, die wir im Vorfeld schon gemacht haben. Es war wirklich toll. Wir hatten bemerkenswerte Eindrücke im Hochmoor in Zinnwald-Georgenfeld, hier auf dem Weg zum Karlberg rüber. Jetzt zieht es wieder zu. Wir sind durchgefroren und wir stoßen dann gleich noch an mit unserem alten Berger und lassen den Tag dann schön ausklingen. Wir sehen uns. Viel Glück. Bleibt gesund. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis zum nächsten Mal.